Willkommen beim Dock-Festival. Sie sind gut. Ich fand ihn gut, er hat zum Nachdecken angeredet. Er war manchmal krass, besonders der erste Teil. Ich würde Sie gerne fragen, in 20 Sekunden, ob Sie mir erklären könnten, zu was sie der Film inspiriert hat, also zu was er sie angeregt hat. Okay, ich hätte angeregt, nochmal über die ganze Flüchtlingsdebatte nachzudenken, weil man jetzt ja wirklich diese zwei extremen Meinungen nochmal gesehen hat und wirklich auch nochmal das gesehen hat, was diese Reaktion der Europäer dann wieder auslöst, auch zu Flüchtlingen selber. Hat Ihnen irgendwas außergewöhnlich gut an dem Film gefallen? Irgendeine spezielle Situation oder eine Szene? Ich fand den Schauspieler gut, weil er wirklich beide Rollen so gut drüber gebraucht hat. Also er war wirklich bei beiden authentisch und genau auch sehr hart. Ja, das stimmt. Mir auch aufgefallen. Vom Framing her, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber am Anfang war das viel mit Nahaufnahmen, Close-Ups von den Gesichtern und so. Wie hat Ihnen das gefallen? Fanden Sie das gut oder eher nicht so? Doch, das hat mir der Punkt gefallen, weil man dadurch, ja, das Gefühl hat, man ist näher an den Flüchtlingen und kommt denen so ein bisschen näher, was er sonst, man sieht ja sonst nur weit weg im Fernsehen oder in der Zeitung oder so und jetzt hatte man wirklich mal, man war gefühlt nah dran. Das stimmt, ja. Und wenn Sie selbst den Film gedreht hätten, was hätten Sie anders gemacht? Ich habe mich nur gefragt, ob, wie die Flüchtlinge, wie die damit involviert haben, ob die wussten, dass es ein Film ist oder nicht? Das ist schwierig. Weil ich fand es jetzt so schon krass. Ich meine, ich meine, sie werden das auch durchlaufen und so, aber es ist schon auch hart, die gleich am Anfang so... Also hätten Sie das vielleicht nicht gemacht? Ja, aber für den Film wäre es ja anders nicht gegangen. Ja, wahrscheinlich nicht. Und jetzt allgemein auf das Dogfest bezogen, was erwarten Sie jetzt vielleicht noch von anderen Filmen? Ich will noch ein paar schauen. Ich habe so ein Fünfer-Ticket und ich habe schon viele gesehen, die ich noch sehen will. Und was ich auch erwarte noch, ich habe jetzt wirklich auch noch vor ein paar Filme in Syrien, also die in Syrien spielen und so zu sehen, und dann eben nochmal die andere Seite. Also Sie wollen weiter sich auf diese Thematik... Unter anderem, ja. Auch noch andere. Okay, super. Danke, das war es dann auch. Danke.